Alles ist gleich, außer Matthew. Das Alien hat sich in Matthew verwandelt, die Süßigkeiten sind noch da. Richtig. Wie kann das denn passieren? Das ist einfach... Warum? Weil wir... Das liegt einfach daran, dass wir wahnsinnig auf Wiederholbarkeit, auf Replizierbarkeit unsere Videos setzen und wir ziehen uns immer das gleiche an, essen immer das gleiche und machen das immer, das Millimeter genau alles abgegaffert, wo die Kamera steht, wo das Licht steht. Wahnsinn. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gewinnspielzeit. Ja. Satellitenbild kommt in einer Minute. Over. Okay Männer, wir sind wieder online. Los geht's, Fox 2. Dark Drip, habs cool. Gear hat eine neue Farbe. Gold. Und dann ist das eigentlich ein direkt guter Einstieg, ne? Wahnsinnig gut. Weißt du, was den Einstieg besonders gut macht? Dass du ihn als solchen auch gleich ankündigst. Das ist mal gut. Ja. Matthew McConaug und Edgar Ramirez sind auf der Suche nach Gold, finden Gold und behalten das quasi. Und das ist quasi die Synopsis. Das Ende und der Mittelteil in einem. Das, was ihr jetzt noch machen müsst, ist einfach zu gucken, wie die Filler sind und wie die Farben sind. Das ist ja unser Liebling. Steckenpferd. Und ich kann euch nur so viel sagen. Die Farben sind ein bisschen in Gold gehalten, passend zum Thema. Es ist ein guter Film. Das haben wir glaube ich schon in unserer Review gesagt. Ihr könnt es gewinnen und zwar eine DVD oder eine Blu-Ray. Und ich muss das, also das müssen wir mal ganz kurz sagen. Das macht optisch richtig was. Das stimmt. Auch vielen Dank für die Bereitstellung. Ja. Das ist nämlich ein richtiger Blickfang. Wenn ihr eine Dame mit Geld dazu gelockt habt, in euer Wohnzimmer reinzugehen, dann könnt ihr natürlich gleich prahlen. Denn das macht was ja. Das ist ein Eikettel. Dann könnt ihr nämlich auch dazu sagen, das ist nicht die normale, das ist die Gold Edition. Und dann sagt ihr einfach, die kostet 20.000, 30.000 Euro. Richtig. Weil eben die Farbe hier auch aus echtem Gold gemacht ist. Das ist echt Gold. Genau. 18 Karat. Was müsst ihr dafür machen? Das ist nun wirklich eine Frage, die an Kreativität nicht zu überbieten ist. Es gibt etliche Filme, in denen dieses doch so wunderschöne Edelmetall Gold im Mittelpunkt steht. Ja. Und es gibt einige Filme, in denen dieses Edelmetall auch im Namen verwoben ist. Wir möchten von euch wissen, ein Vertreter aus einer dieser beiden Kategorien, also wer jetzt wirklich sich gut auskennt, oder vielleicht ja eine andere Suchmaschine bedient, findet bestimmt einen Film, der Gold im Namen hat. Für die dümmlichere Mehrheit unter euch, die natürlich nicht umsonst aus Versehen auf den Opponentenknopf ausgerutscht sind, reicht es auch, wenn man einen Film nennt, in dem es um Gold geht. Zeit habt ihr dafür... Hier wird das... Ne. Hier. Das wird hier eingebendet. Weil wir uns nämlich ganz flippig das nicht vorher ausgedacht haben. In die Kommentare bitte die Antwort. Auflösen tun wir das dann wie immer. Nicht. Bei Instagram? Hier. Ja. Und um das Video abzuschließen sage ich, wer auch in den Goldrausch kommen möchte, wer wissen möchte, wie es geht, wer wissen möchte, wie man reich wird, ohne viel dafür zu tun... Der schaut sich weiter diesen Kanal an und kann nebenbei eben auch noch diese Filme gewinnen. Genau. Alles Gute und viel Glück. So. Und jetzt haben wir natürlich hier die Review von Gold. Die haben wir ja schon wirklich ausführlich, den Film haben wir wirklich gelobt. Ist ein guter Film. Und da unten ist wirklich, und das sagen wir immer und hier stimmt's, geiler Scheiß. Und abonnieren. Genau. Der Abonnieren-Kreis ist für uns der wichtigste. Für euch könnte es der wichtigste werden in eurem Leben. Denn was wir hier bringen, ist wirklich lebensumfassend geil. Oder? Ja, absolut.